habt ihr gesehen leute wir haben ein auto was fast aufgetankt ist also mit fast mal nicht kaum da kommt schon der erste wunderbar ist weiter wunderbar so wie sieht es denn aus mit dem tank ja ja das ist fast voll das auto ist fast so voll wie zil schweiger am set oder will wir durch suchen als von den häusern hier oder müssen fahren wir zurück und davon stopp schild ja genau super ein bisschen zu stark gelenkt der lenk ich aber auch so ein bisschen schwerfällig war ganz ehrlich und nicht der flotteste lenker und vergastet zu einem polizeiwagen oder okay also war es geplant ich bin es dann man hängen so ein bisschen das ist jetzt eine simulation von den straßen paris da ist da geht das auch so ab also ein pariser autofahrer sind bekanntermaßen welt bekanntermaßen ja relativ aggressiv